Hoffmann ist auf jeden Fall ein Künstler, ein Erzähler natürlich. Aber was dieses Stück uns sagt, ist, dass jeder Künstler sich selber in seinen Stücken erzählt. E.T.A. Hoffmann ist ja der Autor von diesen Erzählungen, aber er ist in diesem Stück auch eine Figur. Und wie Kunst und echtes Leben sich zusammen einweben und einmischen, darum geht es uns in diesem Hoffmann. Die Frauenfiguren bei Hoffmann oder die Frauenfigur, es sind ja drei Frauen in einer Frau, sagt er selbst, sind von der heutigen Sicht her nicht unproblematisch. Es gibt ja eine Puppe, es gibt eine Künstlerin, die sich nicht ausdrücken darf und es gibt eine Kortisane. In der Rahmenerzählung gibt es Stella, die die Frau, in der Hoffmann verliebt ist. Und sie hat eigentlich kein, sie spricht eigentlich kein Wort. Also es ist ein problematisches Frauenbild. Und ich glaube, die Herausforderung bei diesem Stück, wenn man es inszeniert, ist auch diesen Frauen oder dieser Frau ein Leben zu geben. Ich finde das Spannende und das Schwierige bei dem Stück, und das gilt musikalisch auch wie dramaturgisch, ist, dass es so unterschiedlich ist und so heterogen. Also es ist, die Musik wie immer bei Offenbach hat diese unglaubliche Leichtigkeit im besten Sinne. Aber Hoffmann ist auch sehr besonders, weil es von der dramatischen Intensität her viel stärker ist als die bekannten Operetten von Offenbach. Das heißt, es ist sehr, sehr vielfältig, diese Musik. Witzig, leicht, aber auch sehr tief und rührend und hochdramatisch. Und man muss natürlich, also die vielen Aspekte musikalisch müssen natürlich auch zur Geltung kommen. Das heißt, es ist sehr, sehr tief und rührend und hochdramatisch. Das heißt, es ist sehr, sehr tief und rührend und hochdramatisch. Vielen Dank.